ja liebe leute herzlichen willkommen zur letzten folge die ich jetzt in dieser aufnahmesischen aufnehmen vom buszimmerland 2021 es geht heute weiter ich stehe hier ich bin ein bisschen gewandert durch die gegend gelaufen wie auch immer wir haben ach relativ easy das ist doch nicht schwer zu schaffen das ist liebe leute okay unsere aufgabe ist es heute tatsächlich eine zeitgabe wenn der route zwischen zittowel hopperdorf rathaus die kathedrale stadtzentrum fernermühengasse südspeicher pieskogelgrange steinerkirche und die bundsbauer gas erinnern von 30 minuten also es ist nicht schwer es ist eigentlich nicht schwer unsere aufgabe ist es ein zeitgabe auf diese route zu bekommen und diese route von 30 minuten zu fahren so gut wir erstellen eine route aber ich baue es mein bus ich brauche bus ich will aber dann 523.000 es ist eigentlich pipi fax so schwer ist es nicht wir gucken weil ich habe nur ein bus hier haben wir noch nicht freigeschaltet ok wir kaufen uns heute den enviro für 180.000 jetzt wird mal wieder zeit einen neuen bus mitzunehmen so ich brauche jetzt keine neue testfahrt ich baue ich kaufe den bus so wie der ist so unsere aufgabe ist es heute eine rute zu erstellen die fängt heute an am zob die könnt ihr tatsächlich sogar in einem rutsch die werden wahrscheinlich relativ in einem rutsch schaffen wir fangen also an wir fahren am zob fahr nach schaffetta fällt da unten ist der hauptbahnhof und schon haben wir ein problem eher verbundene routen alles klar ich gucke mal gerade verbundene routen was haben wir denn hier 57 alles klar das ist die zweite fünfer ja genau das ist die zweite fünfer nehmen wir dann mal raus damit wir die damit wir die haltestelle in einen rutsch einbauen können also erstellen wir wir fangen an und zettel b und da geht es zum hauptbahnhof und dann gehen wir zum hauptbahnhof so gut dann haben wir das nächste dann geht es weiter oben zum rater warte mal rathaus brauchen wir als nächstes rathaus park rathaus kathedrale stadtzentrum um das praktischer zu machen kathedrale stadtzentrum die pferdemühlenkasse sind ich hier vorne irgendwo genau dann rüber zur süd speicher dann geht es zur pieskugel die habe ich doch vorhin schon gehabt die irgendwo die haltestelle warte mal war die hier schienenlegerstraße arbeitergasse aber wo war die denn diese pieskugel hauptbahnhof die nicht hier warte mal augville zentrum augstraße altes sägewerk wo war das denn realschule sie geworden siegwald die alte wo war die denn ach siehs die war nicht hier pieskugel steine kirche also ist ja warte mal die pieskugel da ist ja die route schon durchgegangen ich weiß noch nicht wo zimmermanns zimmermannstor hauptbahnhof dr julius matchnerstraße schienenlegerstraße fischgrund arbeitergasse wiltontheater seilerstraße goliathgasse handel oh ist diese kackstraße das west doch westfiel ne oder westfiel 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 geteiltesilos pieskugel pieskugel grange genau unten in westfiel pieskugel also zob hauptbahnhof rathaus kathedrales stadtzentrum pferdemühlgasse die südspeiche pieskugel jetzt müssen wir steine kirche und die bootbauergasse nehmen und das ist die nächste das ist dann unten letztendlich auch die haltestelle die wir brauchen ach die müssen wir dann ach gott da müssen wir ja richtig auf tempo fahren ne die müssen wir tatsächlich auf tempo angehen die strecke alles klar die müssen wir wir haben noch eine haltestelle dazwischen kirche und dann geht's zur bootbauergasse was ich richtig verstanden habe warte war das hier nicht landwirtschaftszentrum schienenlegerstraße fischgrund fischgrund arbeitergasse arbeitergasse zimmermanns zimmermanns tor dr julius matchner straße flüsterweg lindnergasse die lindnergasse ambert kreuzgasse ambert tor warte 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 steineck steineck west steineck ost die steineck steineck schuss wo ist die hohe wo ist die hohe die hohe die hohe warte Willst du mich jetzt eins schlaxen mit dem Scheiß Ding? Die Bootsbauergasse. Ja, ich muss die rausnehmen, die alte Stellen. Ich nehme jetzt erstmal die raus. Ich baue jetzt erstmal die Route hier. Damit ich die nicht nochmal neu machen muss. Ich gucke mal bei der Bootsbauergasse wegen der... Bundene Route anzeigen. Route 3. Hauptbahnhof. Ja, da kann man die Hauptbahnhof-Sieg-Valben-ETC. Die ganzen Quatschdauben rausnehmen. Die bringt eh nichts. Das ist eine andere Mission. So, dann nehmen wir jetzt, äh... Warte mal, welche war das jetzt? 40 Minuten. Ja, das ist die hier. So, dann setzen wir dann die Bootsbauergasse nach hinten mit rein. So, dann nehmen wir die mit rein. Genau, Zeit-Tag müssen wir nochmal da reinkriegen. Ich gucke mir die nochmal an. Die heißt Sightseeing, die Mission. Dementsprechend baue ich die jetzt da rein. So, dann nehmen wir die jetzt mal kurz wieder Haltestellliste an. Das war nämlich alles drin da. ZOB, Hauptbahnhof, Rathaus, Kathedrale, Stadtzentrum, Pferdemühlengasse, Südspeiche, Piskurge, Grange, Steine... Kirche... Und die Bootsbauergasse. Okay, sind alle mit der Haltestellung mit drin. Wir müssen uns ein bisschen auf Tempo fahren. Wir haben offiziell die 47 Minuten, also wir müssen die mit 17, über 30 Minuten schnell fahren. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weil auf jeden Fall geht es auf 47 Minuten. Ich habe die Haltestelle jetzt in die Reihenfolge gebracht, wie sie sind. Also, wir ziehen dran. So, dann gut, dann machen wir es doch. Dann hören wir mal zum ZOB. Warte mal, ich muss den Bus auswählen. Genau, der Alexander Dennis, den nehmen wir da mit rein. Und dann hören wir mal kurz zum ZOB. Schienenlegerstrahl, Handels, z, 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 zentraler Bus, zentraler Busbahnhof. So, Schnellreise, hüpfen wir mal rüber. Fahren wir sie jetzt. Also, wir müssen so 30 Minuten schaffen. Naja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Und einen Zahltag ist kein Problem, um die Reihenfolge zu kriegen. Zentraler Busbahnhof. So. Na dann, herzlich willkommen in unserer kleinen gemeinsamen Runde. Und ich habe natürlich das Problem, dass die Fakten alle da drüben stehen. So, Schützer auf. Bus-LED, letzte Haltestelle. Okay, okay, gehen wir rein. Ins Mid, äh, ins Spiel. Da stehen sie, auf der Zwei. Und der Zahltag ist schon gereicht. Die ersten Teile haben wir schon geschafft, der Mission. Ah, so ein schöner Tag. Seniore-Ticket, einfache Fahrkarte. Ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Wie gesagt, wir haben offiziell die Gründe auf 47 Minuten gewissen werden, von 30 schaffen. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen dran ziehen. Ja, sie frisst jetzt. Ja, hoppadoff. Ich schaue auf die Strafen jetzt, ehrlich gesagt. Ah, geh mir nicht auf. Vor allem, wenn ich auf Zeit machen muss. Tut mir leid, ich habe nicht aufgefasst. Ja, ist mir egal, komm, weiter. So. Boah, das ist natürlich sportlich, ey. Das ist das Rathaus da hinten, ne? Ach komm, ich ziehe jetzt mal ein bisschen, ich ziehe jetzt in der Stadt ein bisschen dran. Ich fahre jetzt auf die Strafen, jetzt, ehrlich gesagt. Jetzt geht's um Zeit. Ich zahle jetzt auf die 3, äh, 2,50 Dollar. Ich zahle jetzt auf der Gabi. In Sonnstein gibt es ein nettes Plätzchen, in dem einem die Flugzeuge direkt über den Kopf... Hauptbahnhof. Hauptbahnhof auf 5, sogar. Guter Tag. Ich möchte ein Hufferkat und zwar so und so und so. 2,80 Dollar. 2,80 Dollar. Ach, das ist doch immer. So, weiter geht's. Ja, du Gießmiss, verschwinde doch. So, nächstes Rathaus, wie gesagt, scheiß drauf jetzt. Ich muss jetzt gucken, dass ich echt noch Zeit mache. Zeitgumme mache. Na, dann komm ich. Ich halte dich noch ein bisschen auf. Ihr müsst diese Route jetzt nicht euch überzeugt haben, aber ihr müsst einfach von einer halben Stunde fahren. Ach ja, der fahrt auch nicht da rüber. Ach, das ist die Stadt-Heinwandstraße, ernsthaft. Ist echt noch Zeitgumme, also ich hab's doch schon mal hingekriegt. Eine Route, die eigentlich 48 Minuten sollte, die, wo ich 8 Minuten geholt habe, 17, 18 Minuten zu holen. Auf so einer Route, das ist ein ordentliches, das ist ein Stück Arbeit. Wir nehmen sie jetzt natürlich mit, also mit dem Ausbauen. Geht doch einfach alle hinten rein, ist doch scheißegal. Ich brauch noch eine Fahrkarte. Ich kontrolliere jetzt natürlich keine. Eine Fahrkarte. Ach, ernsthaft noch. Ich muss auch noch ein Fahrkarte. Gerade weil ich, wie gesagt, auf Zeit fahren muss. Ansonsten ist es ja kein Problem. Ich sage, ja, absolviere die Route. Das ist ja kein Problem, aber... Das ist ja kein Problem, aber... So... Nimm mir doch einfach die Vorfahrung, Idiot. Meine Fresse, ey. Kann man nicht eine Haltestelle aussteigen? Ja, tschüss. Adios. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen gestresst bin. Ich muss jetzt gucken, wenn ich Zeit bekomme. Wir sind immer dabei bei etwas über 4 Minuten. Und wenn jetzt nicht viele Leute mit Fahrgastkarten kommen, können wir es mal hinkriegen. Aber wir müssen halt Zeit, 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 Zeit. 17, 18 Minuten müssen wir wollen. Müssen wir mal eine Vorsprung haben. Wir fahren zwar außerfahrmählich, das ist mir dann jetzt nicht egal. Auf die Geburt. Ich bin der schlechteste Busfahrer der Welt. Unbedingt da hin. Natürlich muss man unbedingt da parken. Nee, ein bisschen zu spät. Ich sag ja, ich bin schlecht. Ich bin neu im Job. Aber ich bin mal ein bisschen zu spät. alle anderen haben gehört so weiter geht die reise scheiße zu fahrgästen kann ich nicht eigentlich einfach irgendwie mal ein bisschen dran ziehen ich habe einfach zwischendurch mal durchgefahren einfach keine zeit ich komme ich bin wirklich damit einfach durchgefahren teilweise eine fahrkarte bitte ich bitte eine fahrkarte haben jetzt einfach jetzt jeder eine fahrkarte haben oder was nächste halte ich glaube ich lasse jetzt eine halte süßweiche ok jetzt wäre ich bei elf minuten aber du hast da wieder irgendwelche leute die meinen jetzt stehen bleiben zu müssen genau wie der hier fahr einfach weiter jetzt kann ich jetzt hier irgendwo noch ein Blitzer steht ich glaube hier stand nämlich einer so wir müssen jetzt auf jeden Fall weiter zur Süd zur Südspeichel und so durch weiter geht's wie gesagt dass das Ding jetzt außerverpassen mäßig ist klar ach ja da ist wieder jemand eingepennt wir müssen die nicht auf Perfektion fahren wir müssen sie einfach nur auf Zeit fahren ist doch ja ich bin der schlechteste Busfahrer der Welt ist natürlich nur jetzt echt wirklich so weil wir echt Zeit gut machen müssen wir müssen relativ zeitnah also mit das Blitzer das wusste ich ok ich kippe gas ich wollte sagen du nimmst mir jetzt nicht die vorfahrt noch kollege kaffee zum als köchner südspeicher und dann statt jetzt haben wir die hälfte der zeit jetzt hoffe ich dass ich doch noch ein bisschen was holen kann als kind bin ich gelaufen das war glaube ich schon mal eine maus gerade die abgeflogen ist jetzt bremst der limiter mich wie kann ich da kann ich nicht tun ja da kann ich nicht hier rüber grasen klappe ich versuche sagen für die sache gerade nur übel zu kosten aber ist mir gerade egal zunächst anständig dass man noch sie spreche ich muss ein bisschen dran denken ich weiß ich habe immer hier erinnere ich mich hier waren ja die kamera ich weiß nicht dass ich hier gerade komplett ohne limiter durch baller ich muss mal hier durch da ist die haltestelle sehr gut wir haben ein bisschen zeit gut geholt wir haben jetzt gerade über sieben minuten ich brauche wie gesagt 18 die rote soll auf die zahl 48 minuten gehen wir brauchen sie unter 30 aber wie gesagt tut mir leid dass ich jetzt gerade fahre wie der letzte senker aber das ist mir gerade egal das nenne ich guten service das werde ich einfach fahre wie sonst was tschüss ja klar schatz aber klar genau ja wie es kommt ja und den will natürlich tschüss wird sich noch nicht gemeckert dass ich heute stehen gelassen abfahrt ist es nicht da er kann ich nicht gemeckert dass ich heute stehen gelassen habe ich probiere zu gewalt gefahren ich bin scheiß busfahrer ich kann mein job ich kann mein job nicht und tatsächlich genau durch so ein spruch habe ich mir schon mal hören müssen das war eine situation da waren leute die war von außerhalb die wollten der bestimmte halbstelle raus da man muss ja alles bricht ja der sagt ja die ansache halte ich eine anhand an der halbstelle verpiss ich doch jetzt endlich das habe ich nicht gesagt die hat die halbstelle angesagt es passiert nichts okay kein problem wenn er gerade an der halbstelle vorbei wo ist die mutter raus also hatte kaputt genug man hätte er aussteigt man kann er ja drücken können und aufstehen kann es hat ja nichts passiert es ist beides nicht passiert wir haben die wir tatsächlich gesagt ich habe gesagt ja benutzen sie sind raus ist solche an der nächsten halbstelle wird natürlich der busfahrer sie können den job nicht so rechtzeitig drücken oder sich hinstellen dann weiß ich auch bescheid ob die leute raus wollen aber wenn weder noch was passiert ich kann nicht riechen ich kann nicht die leute den kopf gucken wo sie raus wollen oder sie sagen es mir vorher dann ist es kein problem meistens vergessen meistens kriegst damit behalte ich es manchmal nicht manchmal nicht ich sage ja ich war gerade wirklich nur um wirklich diese 17 minuten die wir da haben gut zu überholen aber wir kriegen sie vielleicht wir haben nur noch drei haltestellen sehe ich gerade die piersburg bis kugel gründen schätzt ich kann noch ein bisschen ziehen wirklich jetzt gebe ich mal richtig gas ich war jetzt durch was ich sage scheiß auf die haltestellen hätte ich gesagt ich muss ja nur ich bin abgebogen lasst mich in ruhe 70 wahrscheinlich nur noch klar chinesisch klingt lecker ich bin zwischendurch war mein leben da müssen raus wir müssen doch zeitgut machen vielleicht fahre ich die gleich noch mal ohne oder haltestelle quasi wenn weniger komplett nur durch ich sehe gar nicht dass wir nur noch dass wir wirklich nur noch weg die weg was ich kann irgendwas zu helfen ich rieche es nämlich gerade extrem ich bin mir schafft immer das fett auf euch gerade mal aufnehmen bin und irgendwer kocht hier gerade extrem das sieht hier rein und ich kann ich habe selber hunger ich baller hier gerade mit fast 100 lang also limit es gibt tatsächlich wusste wir uns die schaffen das also mein eigener denn ich so fahre dass der schafft halt auch der ball ich fahre nicht weil ich nur 80 fahren darf ich sage ich fahre mein fahrgäste stehen sind sogar nur 60 kann ich hier einfach links fahren muss ich euch hier rum aber hier ist noch eine haltestelle deswegen genau das ist nämlich die haltestelle hier bis kugel grinch geh weg hallo ich muss foto scheiße das war das erste foto wir haben tatsächlich gar nicht geschafft zum blitz gewinnt zu werden welche chance und jetzt kriegen wir hier tatsächlich das erste foto 150 dollar hat mich gerade gekostet ich habe den blitz noch zu spät gesehen ja egal 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 ich bin schlecht ich bin schlecht in meinem job von daher hallo nein ich bin nicht am ende sie haben wird sie mich jetzt gerade flaxen ja dann hätte ich mir die ganze scheiße hier oben sparen können gehe weg und wir gehen jetzt eine haltestelle drin ich habe gedacht wir werden nein jetzt keine halte stelle drin ich hätte hier durchfahren können oder probleme ich hätte hier drehen können ich habe ja zeitpunkt jetzt schaffe ich nicht die mission oder lieber ist er denn wenn wir die jetzt einmal kurz so ich glaube nicht heißt es halt nicht ich kann fahren jetzt einfach nicht vielleicht habe ich ja glück das doch zu schaffen eine sorry alter denn er die durch ehrlich bin ich das gewusst hätte ich die mission er hätte ich die haltestelle gar nicht mitnehmen können weil ich bin ja von oben gekommen also wenn ich komme dann hätte ich mir noch mehr zeit holen können hallo geschichte so war der welt ist da das hat mir zeit das hat mir ein paar minuten gekostet und die hätte ich vielleicht gehabt die zeit das hat mir noch mal das hat mir noch mal das vorteil ist jetzt irgendwer wirklich glaubt ich kenne die verkehrsregeln ich halte mich auch in real life wirklich an die verkehrsregeln das ding hier ist ein let's play das ist ein videospiel wenn ich hier fuß gegenüber fahre passiert überhaupt nichts ich kriege eine strafe von 20.000 in game dollar das ist mir scheißegal das tut nicht weh ich fahre so wie ich hier im display fahre definitiv nicht in real life ich bin da bis jetzt noch keinen unfall zumindest keiner dem ich schuld bin wir wurden zwar schon angehängt haben es aber nicht ich bin aber nicht wieder an dem ein ding es war ich es nicht an dem anderen punkt war ich nicht da an der stelle war ich nicht war ein kollege und wie gesagt das ding ist jetzt blöd das ist halt das ist egal naja ich würde überholen hätte das wird doch noch zurück ja dieses in dem moment muss ich komplett rausziehen das ding ist durchfahre war mir egal gewesen ja noch mal ich fahre hier so wie echt ich fahre nicht wie in echt ich war hier wirklich wieder gesetzte hänger um wirklich die zeiten reinzuhalten mit die zeit um zu machen diese 30 minuten aber wie ich es hinkriege weiß ich jetzt noch nicht ansonsten müssen wir jetzt noch mal fahren ich fahre jetzt auch ich kann jetzt auch einfach komplett an der haltestelle vorbei ist mir egal das habe ich immer wieder zeit gekostet nein das ding wie gesagt ist nicht mehr das ist just for fun weil ich einfach bock drauf habe das ding was ich in real life mache das hat mit dem überhaupt halt die fresse ich fahr zu schnell ja und es ist mir scheißegal es ist mir scheißegal lass mich in ruhe noch mal zu spät gescheitze die kamer habe ich auch nicht gesehen ja die klappe hat mich in ruhe ich weiß dass ich nicht die kamera in die andere richtung die wirklich nicht blitzen die hat mich jetzt auch erwischt du hast du mich erwischt ich bin ich bin die war von der anderen seite die hätte mich eigentlich erwischt obwohl das kennzeichen das kann auch sein ich habe die augen auch ich fahre bewusst so nächste halte stelle ist die putzbohrgasse und da sind wir schon wieder am hafen lass mich in ruhe ich muss hier weiter ich knall hier mit 80 durch nord das ist mir so was ein scheißegal das ist mir gerade so ein wurs lass mich in ruhe fahr weg da also ich muss das mal anmerken die mission ist ja man sagt er rechnet sie mir an ja guck aber nichts das blinken habe ich korrekt gemacht ich habe alles knall rot aber es ist mir scheißegal das ist die halte stelle sehr gut wir haben zwar noch keine wir haben die zeit zwar nicht gut gemacht wir sind bei 13 minuten so wir haben zwölfe und halb minuten plus aber es reicht letztes mal hat es gereicht vielleicht aber glück wir sind im rekordzeit zurück geschafft Gut gemacht! Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. Okay. 59% Fußläufig heißt die nächste Mission. Die war morgen ansehen. Zwei Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstellen zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Jut! Auf zwei, alles klar. Gut, okay. In der nächsten Mission gehen wir das Ding hier an. Das heißt, bringen die Menschen zu den liebsten Spazierstrecken. Es ist wieder mal eine Stufe 5 Aufwertung. Die neue Route zwischen Schobergrund, Steineck und Sieg Walden. Das ist dann davon sieben Minuten. Das ist, glaube ich, relativ zügig erledigt. Steine Exibon. Ja, das kriegen wir alles hin, liebe Leute. Das ist kein Problem. Wir hauen das erste da oben einfach quasi mit rein. Die 45 Fahrgäste. Die ersten zwei können wir zusammen machen. Dann machen wir die anderen beiden zusammen. Und das Pisco-Grange-Ding machen wir auch noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, bei Bus Simulator 21. Ich weiß, dass ich jetzt gefahren bin wie der letzte Henker. Das ist mir scheißegal. Ja, das ist einfach jetzt nur ein Ding gewesen, um diese Teiko zu machen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und in der nächsten Folge fahren wir wieder ein bisschen gesitteter. Bis dahin und ciao.